Na Hallöchen, willkommen zurück bei Gothic 2, immer noch im faulen, ohne Greenscreen-Modus, ich weiß ja nicht, ich finde das hat irgendwie was, oder? Ich finde es super. Ein Teller, äh, zwei Teller, hat jemand wohl seinen Teller nicht weggeräumt. Okay, wir machen weiter und sind auf dem Weg zu den Wassermaragieren. Der gute Laris hat uns hier abgesetzt und wir machen uns jetzt auf den Weg, um auch noch die restlichen paar Meter hinter uns zu bringen. Ich habe schon gehört, wenn da drin eine Gefahr auf uns wartet, der wir nicht gewachsen sind, sollen wir einfach durchlaufen. Das ist leider ein ernst gemeinter Ratschlag, denn da drin wird eine Gefahr sein, der wir nicht gewachsen sind. Ähm, zumindest glaube ich das. Wir werden es mal ausprobieren. Gut, leider beherrschen wir kein Schlösserknacken, das heißt wir können leider da oben und auch hier irgendwo ein Schloss nicht knacken. Was ich gerne knacken würde. Ähm, ich werde wahrscheinlich eine der nächsten Aufnahmen mal am, ähm, hochgefahrenen, das ist ja ein hüllenverstellbarer Schreibtisch hier. Ich fahre den eventuell mal hoch, mal gucken wie das Ganze dann klappt mit der Webcam. Aber ich würde ganz gerne halt auch mal im Stehen aufnehmen. Gut, egal. Wir gehen rein in die Ruine, ihr habt gehört, die Wassermagier versuchen hier zu ergründen, woher diese Erdbeben kommen, die das Land heimsuchen. Von den Erdbeben haben wir noch nicht allzu viel gesehen, aber... Da sind sie ja. Okay. Äh, Riesenratten. Das ist ja noch machbar. Und ihr seht hier diese Impelruinen von innen, oder? Guckt mal. Wenn das mal nicht so richtig nach Maya aussieht, oder? Sag's euch mal eben hier. Muss, glaube ich, die Helligkeit ein bisschen hochstellen, ne? Guckt euch das hier mal an. Richtige Maya-Zeichnungen. Ich finde das immer noch so geil. Auch da... Richtig schick. Ne, ich druckelspiel. So. Okay. Stopp. Das ist der Bogen tatsächlich viel effektiver, oder? Herr mit dem Fleisch. Herr mit dem Fleisch! Gut. Und dann haben wir hier einen dieser Steinwächter, von dem wir schon vieles gehört haben. Rentefer der Lebensenergie 1. Alte Münze. Ja. Die werden wir auch noch in Aktion sehen. Das könnt ihr mir glauben. Dem haben wir ja schon viel gehört von den Steinwächtern. Und die haben wir auch, glaube ich, im Trailer gesehen, ne? Im Trailer von... Im Intro. Im Intro von... Die Nacht des Raben. Sehr geil. Werden wir noch häufiger sehen. Und auch noch Ärger mit haben. Gut. Davon haben wir jetzt Goblin-Skelette. Ich glaube, das sind die Gegner, die ich meinte, mit denen wir es nicht aufnehmen können. Viele Pfeile haben wir noch. Einen. Geil. Und die? Da war der kritische Treffer. Okay. Da haben wir jetzt Goblin-Skelette. Ein Goblin-Skelett. Ein Goblin-Skelett. Das könnten wir theoretisch sogar schaffen, oder? Das wird die Helligkeit zu hoch. Das sieht man richtig an den Abbildungen hier momentan. Machen wir es mal auf 2. Okay. Okay. Ach, ich bin so doof. War doch schon voll. Okay. Haben wir noch irgendeinen Zauber? Irgendwie Feuerpfeil? Feuerpfeil. 4. Vergesst das. Das macht dir gar keinen Schaden. Okay. Ich glaube, an der Stelle müssen wir durchlaufen. So oder so. Was ist wieder so geiles Wetter draußen? Ja. Ja, wir laufen los. Oh mein Gott. Das sind 4 Stück. Lauf. Oh mein Gott. Hilfe. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Ein Mistvieh weniger. Oh mein Gott. Okay. Äh, ja. Ihr erkennt ihn, oder? Wenn das mal nicht Saturas ist. Bist du denn von Sinnen? Mach, dass du hier rauskommst. In diesen Gewölben ist es zu gefährlich für Möchtegern-Abenteurer. Aber sag mal, kenne ich dich nicht? Natürlich. Du Mistkerl. Glaube ja nicht, dass ich vergessen habe, wie du uns betrogen hast. Damals. Im neuen Lager. Er hat nichts. sufficiently Вам mentor war. Ich hab gesagt nicht, dass du wir фильм gar nicht mehr edition hast. Oh mein Gott. Er hat jamais erwischt. Ich hab SCH氣. Er hat die Schotigkeiten gehört. Ing it Fleck? Ja. Bis sich immer zuoleichen. Du hast unserem Erzhaufen alle magische Macht entzogen und dann bist du einfach verschwunden. Was hast du dir eigentlich dabei gedacht? So. Also, ich erkläre es mal ganz kurz für die Leute, die Gothic 1 nicht kennen. Ich verweise wie immer auf Gothic 1, das Projekt. Das ist bei mir jetzt auch ganz neu aufgenommen, auf dem Kanal auffindbar. Also die Wassermagier hatten die bescheuertste Idee überhaupt. Die wollten die Barriere sprengen. Also ganz kurz, in Gothic 1 gab es ja eine magische Barriere bei der Gefängniskolonie, die alle Gefangenen in Zaum halten sollte. Wir haben uns zum Ziel gemacht, diese Barriere zu zerstören. Die Wassermagier wollten das auch und die haben sich gedacht, wir nehmen einfach magisches Erz und nutzen dessen magische Energie für eine riesige Explosion, wodurch dann hoffentlich nicht die Minikolonie in die Luft fliegt, aber die magische Barriere. Wir haben herausgefunden, dass man mithilfe des Schläfers, wenn man den besiegt, und seinem magischen Einfluss die Barriere stören kann, weil bei der Erschaffung der Barriere durch den Schläfer auch schon die Barriere beeinflusst wurde. Und daher brauchten wir Urisil, ein magisches Schwert, um die untoten Ork-Schamanen zu besiegen, die den Schläfer beschützen. Und das musste aber magisch aufgeladen werden. Und da war natürlich deren Erzhaufen ein gefundenes Fressen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben ihren Erzhaufen entmagnetisiert. Was? Entmagischt? Entmagischt? Und das Schwert dann damit aufgeladen. Die sind ziemlich angry deswegen und haben aber scheinbar keine Ahnung, dass ihr Plan niemals funktioniert hätte. Bitteschön. Euer Plan hätte sowieso nicht funktioniert. Die Barriere, mit dem Erzhaufen zu sprengen, ist der größte Unfug, den ich je gehört habe. Ihr hättet euch am Ende damit noch selbst in die Luft gejagt. Das ist doch der Gipfel. Wer gibt dir das Recht, über uns und unsere Absichten zu richten? Wenn ich nicht so ein friedliebender Mensch wäre, würde ich den Zorn Adranos auf dich heraufbeschwören, mein Junge. Hast du eigentlich die leiseste Ahnung, was du da getan hast? Du hast das Gefüge der Magie derart durcheinandergebracht, dass es bis nach Korinis zu hören war. Du kannst von Glück sagen, dass die Barriere eines Tages einfach in sich zusammengefallen ist. Worüber beschwerst du dich dann? Hat doch alles gut geklappt. Hüte deine Zunge! Was zum Henker willst du hier überhaupt? Äh, ja. Ähm, einfach so zusammengebrochen ist. Also ich finde, man sollte schon als Wassermagier, der eigentlich schlau ist, zumindest fähig sein, das Ganze ein bisschen zu bewerten. Und wenn wir den Schläfer besiegt haben, und so weiter und so fort, und nun mal den Erzhaufen gestohlen haben, und dann die Barriere zusammenbricht, dann sollte man vielleicht irgendeinen kleinen Zusammenhang sehen können. Gut, Laris, genau. Wir sollen ihm ja das Ornament bringen. Ich bin mit Laris hierher gekommen. Laris? Wirklich? Wo ist er? Ich bin allein. Laris ist zurück in die Stadt gegangen. Was? Und er hat dich ganz allein zu uns geschickt? Was denkt er sich eigentlich? Was denkt er sich eigentlich? Ja, ich habe sogar das Ornament. Das würde ihn ganz bestimmt richtig freuen. Ich habe euer Ornament mitgebracht. Was in aller Welt soll das bedeuten? Wer hat dir das gegeben? Sag nicht, dass Laris es dir einfach überlassen hat. Jetzt komm mal wieder runter. Ich habe es dir gebracht, das wolltest du doch, oder? Schon. Aber es beunruhigt mich, dass du schon wieder deine Finger im Spiel hast. Warum machst du so ein Theater um die alte Geschichte mit dem Erzhaufen? Immerhin habe ich schon damals für dich gearbeitet. Hast du dich da etwa nicht auf mich verlassen können? Und was hat es mir schlussendlich eingebracht? Denk ja nicht, dass ich dir traue. Man muss dazu sagen, dass die Wassermagier wirklich sehr, sehr viele Jahre lang diesen Erzhaufen gesammelt haben. Und es war sicherlich der größte Scheiß, in deren Leben zu sehen, dass der einfach wertlos geworden ist. Zumal die ja wirklich daran geglaubt haben, dass das Ganze funktioniert. So bescheuert das Ganze auch ist. Ich meine, dass es relativ naheliegend, dass es nicht so gut funktioniert, das einfach so mit Erd in die Luft zu sprengen. Aber, also man sollte auch nicht einfach dahin gehen und deren Ziel der Existenz, sage ich mal, in der Barriere einfach zerstören. Das ist vielleicht auch nicht ganz so nett. Dazu muss man sagen, dass die Wassermagier sehr, ja, ich sage mal, vertrauenswürdig sind. Ich würde schon sagen, die Wassermagier, die verstehen es, Freundschaft und gleichzeitig Vertrauen so zu kombinieren, dass man sich bei denen auch wohlfühlen kann. Im Vergleich zu den Feuermagiern, die so ein bisschen hochnäsig sind und den Belia-Leuten, von denen wir ja nur wissen, dass die ein bisschen durchgedreht sind, sind die Wassermagier eigentlich so die sympathischsten, würde ich fast sagen. Aber Saturas ist halt einfach, der will nicht verarscht werden und wir haben dem gesagt, wir helfen euch, sind dann aber zu Xalas gelaufen, haben dann mit Xalas den übelsten Shit geplant und haben das dem auch gar nicht gesagt. Ich habe es ja wirklich, beim letzten Projekt habe ich ihm nicht gesagt, dass ich Xalas getroffen habe und dass das mit dem Erzhaufen nicht funktioniert. Ich bin einfach hingegangen und habe den kaputt gemacht. So, und wenn dann auf einmal zwei Monate später die Barriere zusammenbricht, denken die vielleicht wirklich nicht darüber nach, dass das gegen mir ist. Aber die sollten eigentlich jetzt schon so darüber nachdenken, dass der Schläfer tatsächlich da war, jetzt nicht mehr da ist, die Barriere weg ist und das Schwert magisch aufgeladen wurde. Da kann man vielleicht so einen Zusammenhang erkennen. Gut, der Ring des Wassers. Ich will mich dem Ring des Wassers anschließen. Was? Woher weißt du das denn schon wieder? Wer? Laris! Ich bring ihn um. Er hat gegen unsere erste Regel verstoßen. Niemand spricht über den Ring des Wassers. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich traue dir nur, solange ich dich im Auge habe. Es war Vatras, der mir alles über den Ring erzählt hat. Was? Vatras? Großartig. Von allen Wassermagiern auf der Insel musstest du ausgerechnet an den einen geraten, der dich nicht kennt. Ich warne dich, mach dieses Mal keine Dummheiten. Ich werde mir Mühe geben. Ähm, eine Nachricht. Ganz kurz, by the way. Ähm, man muss dazu ja auch sagen, wir waren ja auch wirklich im Dienst der Wassermagier unterwegs in Gothic 1. Für die, die es nicht wissen, wir haben für die Wassermagier Fokussteine geholt, weil die Wassermagier dachten, dass wir mit den Fokussteinen, also die Barriere wurde mit fünf Fokussteinen erschaffen und die Wassermagier dachten jetzt, mit diesen fünf Fokussteinen kann man die Barriere auch wieder zerstören. Kombiniert mit der Macht des Erzes. Und wir haben ihnen diese fünf Fokussteine eben besorgt. Wir waren also auch wirklich in der Auftragung unterwegs und haben so ihr Vertrauen genossen und haben das dann eben missbraucht. Ne, das erklärt das so ein bisschen. Tatsächlich haben die Fokussteine in Gothic 1 keinen weiteren Sinn erfüllt. Wir haben die gesammelt im gegebenen Ende, weil dann Xardas gesagt hat, das ist alles Murks, was die da machen. War es ja auch. Und jetzt, durch die Nacht des Raben, durch das Add-on, bekommen die Vogelsteine endlich eine Bedeutung. Soviel dazu. Was machst du hier unten? Diese Hallen beherbergen alte Geheimnisse, rätselhafte Geheimnisse. Die Inschriften und Wandmalereien lassen auf eine sehr alte Kultur schließen. Alles, was du hier sehen kannst, ist in einer uns gänzlich unbekannten Sprache geschrieben. Wir fangen gerade erst an, sie zu lernen und ihren Sinn zu erfassen. Ich weiß tatsächlich nicht, es wird in Gothic 3 auch das alte Volk geben. Ich glaube, das alte Volk. Ist das die gleichen wie die hier? Die das alles hier gebaut haben? Ich weiß es gar nicht. Warum ist euch dieses Ornament so wichtig? Es ist der Schlüssel zu einem Portal. Mehr werde ich dir dazu nicht sagen. Der Schlüssel zu einem Portal, okay. Da du dir ohnehin nicht nehmen lassen wirst, auch die anderen Magier von ihrer Arbeit abzuhalten, kannst du einem von ihnen auch eine Nachricht von mir überbringen. Sag Rjordian, dass ich ihn hier bei mir zu sehen wünsche. Er hält sich im hinteren Bereich des Gewölbes auf. Du wirst ihn schon finden. Klar, mich anscheißen, aber um Aufgaben zu erledigen, bin ich wieder gut genug. Hey, du. Richtig typisch. Kannst du mir etwas über die Magie beibringen? Damit du noch mehr im magischen Gefüge herumfuschen kannst. Alter. Nein, für solche Späße habe ich jetzt keine Zeit. Jut, ich merke es mir. nichts zu holen. Okay, ich finde es trotzdem sehr geil. Ich finde die Ruinen richtig, richtig schön, vor allem diese Malereien an Wänden. Oh je. THQ Nordic kündigt die nächsten zwei und gestern, also heute, morgen und gestern, drei Spiele an, die nicht auf der E3 vorgestellt werden. Ich habe schon gehofft, Gothic 1, 2, 3 Remastered. Jetzt wurde das erste Spiel vorgestellt, es war einfach Spongebob. Es war einfach Spongebob-Spiel. Ich dachte echt, ich sehe nicht richtig oder ich höre nicht richtig. Ist nicht schlimm, ich finde es ja ganz lustig und ulkig. Trotzdem schade. Ich habe ein bisschen auf, wie gesagt, ein Gothic Remaster gehofft. Wo habe ich die denn bitte alle her? Aber es sind ja noch zwei Spiele über. Vielleicht kommt ja Gothic 1 und 2 Remastered, weil ich denke mal, Gothic 3 Remastered wäre unnötig und schwierig. Wobei Gothic 1 und 2 zumindest auf die neue Engine hochzuziehen oder auf eine neue Engine hochzuziehen, die Windows 10 tauglich ist oder einfach nur einen Derek X-Mod einzubauen, ist ja nicht so schwierig scheinbar. Vielleicht kommt es ja noch. Nämlich ist ja eins von den beiden Spielen die Gothic HD Collection mit Gothic 1 und 2 HD, wobei ich hätte dann gerne eigentlich alle drei Teile direkt. Riodian. Hey du. Was machst du da? Ich erforsche die Kultur des alten Volkes. Aus den Inschriften geht hervor, dass sie lange vor unserer Zeit lebten. Ich weiß noch nicht genau, wann sie diese Hallen errichtet haben, aber ihre Zivilisation war weit entwickelt. Sie haben jenseits der Berge eine Stadt errichtet und einen Tempel für Adanus. Okay. Es gibt also noch ein ganz neues Gebiet auf der Insel Korinus. Eine verlorene Stadt auf der Insel von Korinus? Ja. Bisher haben wir in dem Glauben gelebt, die ganze Insel zu kennen. Wir sind davon ausgegangen, der komplette Nordosten der Insel wäre ein gewaltiges Bergmassiv. Doch wir haben uns geirrt. Hinter diesen Bergen liegt ein Tal. Dort befand sich die Stadt des alten Volkes. nur zu gerne würde ich die Bauwerke der Stadt sehen, aber wahrscheinlich sind sie längst zu Staub zerfallen. Ich meine tatsächlich, dass in Gostik 3 auch das alte Volk ist. Verstehe ich nicht. Zeig mir, wie ich mein Irrlicht unterrichte. Wonach soll dein Irrlicht denn suchen? Gold. Oh. Nee. Da sind mir die Lernpunkte zu schade für. Sorry. Wobei es auch wird echt geiles. Wie alt schätzt du den Bau hier? Nun, ich kann nichts Genaues sagen, aber er muss schon mehrere hundert Jahre alt sein. Mehrere hundert Jahre alt, okay. Satoras wünscht dich zu sehen. Ist er mit seinen Nachforschungen schon weitergekommen? Dann werde ich sofort zu ihm gehen. Wenn du mehr über diese Anlagen erfahren willst, sprich mit Nefarius. Er befindet sich weiter hinten in diesen Gewölben. Ihr merkt schon, alle Wassermagier aus Gothic 1 sind mit dabei. Das ist richtig geil. Los mit dir. Oh, der läuft sogar. Alle Wassermagier sind wieder mit dabei. Alle, alle, alle. Gut. Ach man, ich mag die Gewölbe. Dann haben wir hier wieder einen Gang. Hier haben wir eine verschlossene Tür mit einem fetten Schloss. Geil aus, oder? Womit denn? Womit denn? Mir fehlt der entsprechende Gegenstand. Hier unten war irgendwas. Eine Steintafel, genau. Und eine alte Steintafel sogar. Das ist die dritte für Erol. Super. Okay. Und dann kommen wir hier in die Hauptkammer. Und hier haben wir sehr viele Wassermagier. Sehr, sehr viele Wassermagier. Und hier haben wir Kronos und Merdarion. Kronos, der Hüter des Erzes. Na, der wird sich freuen, uns zu sehen. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Kann ich kurz stören? Du bist es. Dass ich dich nochmal zu Gesicht bekomme, hätte ich nicht gedacht. Ganz schön mutig, dich nochmal bei uns blicken zu lassen. Es gab Zeiten, da hätten wir dir glatt das Fell über die Ohren gezogen. Du kannst froh sein, dass das schon ein paar Wochen her ist und sich alle wieder beruhigen konnten. Ist das so? Saturas hat sich nicht beruhigt. Was machst du hier? Meine Aufgabe besteht darin, mehr über die Wächter des Tempels herauszufinden. Das ist schon ein harter Brocken im wahrsten Sinne des Wortes. Diese Steinwächter haben eine mir völlig fremde Eigenschaft. In einem Moment stehen sie völlig leblos herum und im nächsten Moment stürmen sie wie besessen auf dich los. Ich habe ihre treibende Kraft noch nicht bestimmen können, aber eins ist sicher. Sie ist magischen Ursprungs. Okay, da ist also im Klartext, die versuchen auch herauszufinden, wie diese Steingeräte, Steinwächter funktionieren und eventuell wird uns das ja auch noch nützlich sein. Erzähl mir mehr über diese Steinwächter. Viel kann ich dir bisher noch nicht sagen. Wir haben sie leider zerstören müssen. Jetzt sind sie ungefährlich. Als wir hierher kamen, haben sie uns angegriffen. Wir konnten sie nur mit vereinten Kräften besiegen und ich befürchte, dass hinter dem Portal noch mehr davon auf uns warten. Es muss einen Weg geben, ihre treibende Kraft zu bannen, sodass sie nichts weiter sind als Statuen und das auch bleiben. Äh, ja, das ist aber sehr schwierig. Das, äh, werden wir natürlich auch noch herausfinden, wie die ganzen Dinger funktionieren, aber später. Kannst du mir ein paar Ausrüstungsgegenstände verkaufen? Warum nicht? Wenn ich mich recht erinnere, haben wir damals schon gehandelt. Sag mir, was du brauchst. Bisschen schade, dass der nicht, äh, mad ist, weil wir seinen Haufen zerstört haben. Äh, Merdarion. Wir waren ja jetzt beim letzten Durchlauf, ähm, waren wir zwar Wassermagier, aber hat nicht ganz so viel mit den ganzen Wassermagiern zu tun. Wenn man sich wirklich dem neuen Lager direkt anschließt und sich im neuen Lager direkt hocharbeitet, ist das, finde ich, zumindest noch mal ein bisschen, ähm, intensiver mit den Magiern. Wir haben die ja nur so ein bisschen am Ende kennengelernt, aber die spielen da eben auch alle eine etwas größere Rolle in Gothic 1, wie gesagt. Und es ist sehr geil, dass alle wieder da sind. Wie gesagt, Vatraz ist der einzig neue, alle anderen hier sind genau die gleichen, die im neuen Lager in Gothic 1 waren. Bei der Arbeit? Diese Gewölbe sind mir ein einziges Rätsel. Unvorstellbar, dass sie bisher noch niemandem aufgefallen sind. Wir konnten den Eingang mühelos freilegen. Die Menschen sind so sehr mit ihrem täglichen einerlei beschäftigt, dass sich niemand dieses Bauwerk näher angesehen hat. Ich habe keine andere Erklärung dafür. Komischer Synchronsprecher. Ähm, ich war in Gothic 1, Gothic 2, dem Hauptspiel, bevor ich die Nacht des Rahmen hatte damals, als ich das erste Mal gespielt habe, auch hier, habe auch diese unglaublich fette Tempel, Maya-Tempel-Ruine draußen gesehen, aber es gab ja diesen Eingang schlichtweg nicht. Also ich habe mir das hier alles angeguckt, aber es gab ja keinen Eingang, den ich hätte freilegen können. Was ist deine Aufgabe hier? Ich versuche herauszufinden, wohin uns dieses runde Portal führen wird. Außerdem helfe ich Nefarius bei der Suche nach dem fehlenden Ornament. Sicher ist, dass das Portal zu einem Teil der Insel führt, den wir noch nicht kennen. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, jemals davon gehört oder gelesen zu haben. Ihr wollt tatsächlich durch das Portal gehen? Sicher. Vorausgesetzt, dass wir das fehlende Ornament finden, versteht sich. Ich gebe zu, es ist schon eine etwas riskante Angelegenheit. Aber wir müssen unbedingt herausfinden, was es mit diesen ständigen Erdbeben auf sich hat. Joa, die Erdbeben haben wir jetzt glaube ich so oft noch gar nicht gesehen, oder? Ich meine, wenn man so draußen rumläuft und Korin ist, dann kommt das eben voraus und alles so Also es sind tatsächlich durch die Nacht des Raben hier Erdbeben auf einmal überall. Erinnert mich ein bisschen an Risen 1, wo ja durch die Erdbeben dann auch die Tempel aus dem Boden hochkommen. Und Risen 1, wenn man mal überlegt, dass es vielleicht ursprünglich mal als Gothic 4 geplant war oder sowas, oder im Gothic-Universum spielen sollte, dann macht das sogar fast Sinn, dass die Tempel eben wegen Adanos hochkommen, wie hier ja auch diese ganzen Tempel durch Adanos entstanden sind. Nur so keine Ahnung. Was weißt du über die Erdbeben? Irgendetwas auf der anderen Seite löst sie aus. Vermutlich ist diese Quelle auch verantwortlich für das Erwachen der Steinwächter. Aber das ist nicht meine Aufgabe. Saturas und Kronos können dir sicher mehr darüber erzählen. Was glaubst du werdet ihr drüben finden? Ich bin mir da noch nicht sicher. Ich vermute, dass es auf der anderen Seite ein ähnliches Bauwerk wie dieses gibt und ein Gegenstück zu diesem Portal. Hoffentlich. Alles weitere werden wir sehen, wenn wir da sind. Ja, vielleicht führt das Portal einfach auf, stell dir mal vor, Portal und da war früher die Halle und die ist abgebrochen in eine Schlucht rein. Jetzt gehen wir durch das Portal und fallen alle in die Schlucht und sind tot. Alles andere sehen wir, wenn wir da sind. Toll. Wie komme ich am schnellsten zurück in die Stadt? Du gehst am besten den gleichen Weg zurück, den du gekommen bist. Du könntest aber auch... Nein, das wäre zu gefährlich. Spuck's aus. Naja, die Erbauer dieser Hallen hatten ihre eigene Art zu reisen. Soweit wir das beurteilen können, konnten sie sich teleportieren. Das ist doch nichts Besonderes. Die Teleportersteine, die wir hier in Korinis gefunden haben, schon. Es scheint so, als würde der Teleporterstein hier in diesen Hallen zur Hafenstadt führen. Jedoch hat noch keiner von uns den Mut aufgebracht, ihn zu benutzen. Könnten wir doch machen, oder? Wo ist dieser Teleporterstein? Im Beckenraum gibt es eine Tür. Dahinter habe ich ihn eingeschlossen. Was wäre, wenn ich es versuchen würde, ihn zu benutzen? Keine Ahnung. Wir wissen darüber noch zu wenig. Es ist möglich, dass du es nicht überlegst. Na gut, warum nicht? Gib mir den Schlüssel. Ich will mir das Ding mal ansehen. Wirklich? Aber ich übernehme dafür keinerlei Verantwortung. Gib schon her. Wenn du meinst. Gib schon her. Äh, rostige Schlüssel erhalten. Sehr schön. Wo sind die anderen Teleportersteine? Wir haben bisher nur einen weiteren, etwa im Zentrum von Korinis gefunden. In der Nähe der Taverne zur Toten Harpie. Okay. Ihr müsst wissen, das ist ein Teleporter-System, das nicht ganz so geil ist wie die Teleport-Steine, die wir in Gothic 1 hatten. Damit konnten wir uns ja direkt zu einem gewissen Ort teleportieren. So gut ist das Teleport-System nicht, aber es ist trotzdem sehr nützlich, wenn man weiß, wie es funktioniert. Kannst du mir etwas über die Magie beibringen? Wenn wir erst mal drüben sind, stehe ich dir zur Verfügung. Na gut. Danke, Merdarion. So, dann haben wir hier jetzt den guten Mixier. Hey. Sei der Meister der Tränke, oder? Der Alchemie. Alles klar. Ganz schön mutig von dir hier einfach so rein zu spazieren. Was machst du hier? Ich studiere die Sprache der Erbauer. Die Sprache ist der Schlüssel zum Verständnis des alten Volkes. Jeder von uns muss sie erlernen. Sonst wäre diese Expedition beendet, bevor sie überhaupt angefangen hat. Die Erbauer haben Steintafeln benutzt, um ihr Wissen weiterzugeben. Leider sind viele davon zerbrochen oder wurden schon vor langer Zeit gestohlen. Ja, die Steintafeln haben wir ja und wir können die leider nicht lesen. Was steht denn so auf diesen Steintafeln? Sie erhalten das gesammelte Wissen des alten Volkes. Manche von ihnen erhöhen auf magische Weise das Wissen über Kampf und Magie. Für jemanden, der die Tafeln lesen kann, sind sie ein wahrer Schatz. Sie ersetzen ja im Nachhinein Lernpunkte. Kannst du mir das Lesen der fremden Sprache beibringen? Tja, warum eigentlich nicht? Ich gebe gerne mein Wissen an dich weiter. Joa, ich denke mal, wir können auch, kann ich das mit aufmachen? Nein. Lehre mich die fremde Sprache. Fangen wir erst einmal einfach an. Ich kann dich zu Anfang die Sprache der Bauern lehren. Texte, die in der Sprache der Bauern geschrieben sind, handeln in der Regel von weltlichen Belangen, wie Arbeit, Liebe oder die Beschaffung von Lebensmitteln. Es war die gemeine Sprache der Stadt. Die meisten Texte, die man hier findet, wirst du damit verstehen können. Fünf Lernpunkte, das ist ja machbar. Geh hin und erprobe dein neues Wissen. Du wirst sehen, dass die Schriften der Erbauer nicht länger ein unlösbares Rätsel für dich sind. Sehr geil. Ich würde gerne noch direkt die nächste Stufe noch lernen. Lehre mich die fremde Sprache. Die Sprache der Bauern kennst du ja bereits. Die Sprache der Krieger ist schon etwas schwieriger. Texte, die in der Sprache der Krieger geschrieben wurden, handeln meistens von Waffen und dem Krieg. Du wirst einige für dich nützliche Dinge dort erfahren. Das machen wir auch noch. Geh hin und erprobe dein neues Wissen. Du wirst sehen, dass die Schriften der Erbauer nicht länger ein unlösbares Rätsel für dich sind. Die dritte Die dritte Stufe heben wir uns mal auf. 15 Lernpunkte sind doch ein bisschen viel. Aber wir können jetzt alle lesen, oder? Lebensenergie Lebensenergie Armbrustschütze Bogenschütze Magie Magie Können wir die Wasser schüttet. Beinahe. Es gab einen riesen Wirbel um dich, weißt du das? Ich habe Saturas kaum wiedererkannt, so außer sich war er wegen der Sache damals. Kann ich mir tatsächlich vorstellen? Was ist das für ein Portal? Wir vermuten, dass es in das verlorene Tal führt, in dem die alte Kultur ihre Stadt gehabt haben muss. Aber der Stein hinter dem Portal besteht aus meter dickem massiven Fels. Auch gibt es keine Anzeichen für Teleportationsmagie. Sehr mysteriös. Mhm. Weißt du schon, wie man es aktiviert? Eins der fehlenden Ornamente scheint eine Art magischer Schlüssel zu sein. Wir werden es brauchen, um weiterzukommen. Es muss genau in die ringförmige Vertiefung neben dem Portal passen. Was für ein Zufall, dass Laris uns genau eines dieser Ornamente gegeben hat. Ich habe einen Teil des Ornaments mitgebracht. Ja? Ja, das ist großartig. Hast du eine Ahnung, wo die anderen Teile sind? Den alten Inschriften nach wurde es in vier Teile zerbrochen. Und es sieht so aus, als könnten sich die Teile immer noch auf der Insel befinden. Ich habe mit Merdarians Hilfe einige der Inschriften übersetzt. Dort finden sich Hinweise darauf, wo die verbliebenen Stücke sind. Hier, auf dieser Karte habe ich einige Stellen markiert. Sieh dich dort um. Du solltest auf alte Bauwerke achten. Vielleicht sind sie schon etwas verfallen und nicht mehr klar erkennbar. Es könnte alles Mögliche sein. Ein großer Findling, ein Steinkreis, ein Mausoleum oder Ähnliches. Aber was rede ich? Du wirst es schon finden. Viel Erfolg. Sagen Sagen wir so viel. Wir werden eines der von ihnen aufgezählten Bildnisse finden und haben sogar schon eins davon gesehen bei Lobatz Hof. Aus welchem Grund wurde das Ornament zerbrochen? Wer auch immer das getan hat, wollte verhindern, dass das Portal jemals wieder geöffnet wird. Je länger ich auf die Inschriften starre, desto mehr erkenne ich, dass die Priester der alten Kultur wahrlich keine Betonköpfe waren. Es gab einen guten Grund, dass sie die Region dahinter unzugänglich gemacht haben. Wir wissen nicht, was uns dort erwarten wird, aber sicherlich ist es nichts Gutes. Aber es wird spannend. Wegen der fehlenden Ornamente. Ja? Wie viele waren es nochmal? Insgesamt sind es vier. Die anderen solltest du dort finden, wo ich die Markierung auf deiner Karte gemacht habe. Also es fehlen noch drei. Okay, danke. Ja, das ist das Portal. Hier hinter ist das Portal, wie er schon gesagt hatte. Und hier ist diese ringförmige Öffnung, über die dann hier Kamera. Geht gerade nicht. Da ist diese ringförmige Öffnung. Okay, vielen Dank, mein Freund. Gut, soviel dazu. Sehr geil ist, dass wir jetzt die Sprache beherrschen und uns da schon mal keine Sorgen mehr machen müssen. Wie spät ist es jetzt? Es ist 23 39 Dann werden wir uns mal schlafen legen. Muss geil sein zu schlafen, wenn so ein Erdbeben gerade herrscht. Und am nächsten Morgen würde ich mich dann ganz gerne auf den Weg machen zum Teleporter. Also jetzt rede ich da. So ähm gut, wen haben wir hier? Das ist Kronos, den kennen wir schon. Das ist Mer Darion. Okay, wir machen auf. Dafür haben wir den Schlüssel bekommen. Und da haben wir tatsächlich den Teleporter, den sie hier versperrt haben. Ja, es ist die gleiche Plattform wie die Fokus-Stein-Plattform aus Gothic 1. Gut, den Teleporter betreten wir aber erst beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war es mit Gothic 2. Schaltet wieder ein, wenn es weitergeht ist, geht machte nicht wo es ist, wenn es ist, Musik Musik